Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker. Ich habe aus Screen in Loremfad im Kaskadenland die 320 Münzen gesammelt und dementsprechend auf 100% gemacht. Und heute geht es mit der Chefkog im Schlemmerland weiter. Bin gespannt. Falle auf die Sonnenaufgabe, ich habe Angst. Ich erinnere mich noch mal an den... Oh nö, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich sehe schon die Problematik. Ah, Mist, nein. Okay, okay, ich sehe schon, das wird schwer. Ich habe eh genug Leben. Äh, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Level, was ich wohl höchstwahrscheinlich auf Screen machen würde. Oh, ich habe voll... Ich habe es voll vermasselt. Und hier auch wieder. Ähm... Das ist natürlich blöd. Oh, Mist. Okay, ich habe alle verloren. Ich habe alle verloren. Ich habe alle verloren. Oh Gott, was ist das denn hier für eine Aufgabe? Aber Hauptsache, ich habe das Level geschafft. Mit einem Diamant. Lass mich halten, ich muss mit allen vier Tods Level abschließen. Okay, zumindest die Diamanten möchte ich versuchen, noch alle zu kriegen. Ich glaube, das mache ich wirklich auf Screen. Dass wir in dem Part wirklich nur... ...hundertprozentig den Sinne von alle Diamanten machen. Und auf Screen versuche ich halt eben... So, ich musste die Aufnahme mal kurz unterbrechen. Deswegen füllen wir mal wieder von vorne an. Ich habe wieder ein Leben verloren. Und ich brüche es mal. Also, die Diamanten möchte ich noch in dieser Folge haben. Oh Gott, was ist denn mit meiner Steuerung gerade los? Machen wir mal von oben. Das ist bestimmt einfacher. Alter, Alter, die Steuerung. Meine Steuerung ist gerade am Arsch. Kann ich lenken? Nein, 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 nein. Ach, Mensch. Wie, das Level ist... ...nicht ohne. Ich will doch nur meine Diamanten haben. So. Mal zumindest schon mal den ersten Diamanten. Ja, wie soll man das denn machen? Ja, super. Gott, 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 Gott. Nee, ich hätte es beinahe geschafft, mit allem vier da hinzukommen. Belastend. Ich versuche es jetzt noch einmal. Ansonsten machen wir die anderen beiden Level. Das war jetzt wirklich sehr knapp bei dem 4. Und wie ich den zweiten Diamanten kriege, weiß ich nicht. Spotify. Die Heimat sind aus gua Rechen. Nein. Nein. Ach, Mensch. Mach ich auf Screen. So. Expedition zum Steinpitz-plateau. Hier geh WAT! so Oh, warte mal. Hallöchen. Das wollte ich nicht. Kommt alle mit. Ah, Mist. Ach, Mann. So. Wett mit euch. Du heiliger Bambam. Ja, keine Diamanten. Hm, scheinbar nicht. Na, Mann. Alter. Mit. Ist das ja bescheiden hier. Ich glaube, ich brauche. Ja. Ich glaube, ich brauche. Nein, nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hasse das. Jetzt kommt doch mal der Ria. Alter. Jetzt kommt. Oh, Mann. Was ist denn hier die Bonusaufgabe? 90 Münzen gesammelt. Ey. Wo sollen denn da noch Münzen gewesen sein? Eine Sekunde. Okay, da bin ich auch schon wieder. Hier. 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 Hell's Бог. weg mit dir so dann gehen wir erstmal hier lang da hat sich auch schon der erste versteckt leider auch noch ein Tier weg mit dir ich muss noch da unten so Schlüssel du kommst mit hat sich einfach da versteckt weg mit dir okay da oben ist auch noch was okay wo muss ich denn jetzt hin ich muss irgendwie das darunter machen und reicht das? nein ich muss das hier machen okay so Das ist gut. Kommt alle mal her. So. Da komme ich nur nach unten wieder hin. Und da muss ich auch erst später, glaube ich. Nee. Ich muss mich von da oben runterfallen lassen. Warte mal kurz. Jetzt muss ich den Blick nochmal machen. So. So. Komm mit. Ach Gott. Ah Mann. Wie mache ich das denn jetzt am besten? So. So. Und dann eigentlich nur noch hier hoch. Und dann hat man dieses Level auch geschafft. 150 Mütze gesammelt. Wie? Ich habe das Gefühl, ich habe doch schon alles aufgenommen. Aber bestimmt noch irgendwo. Ein Goldpilz. Und ich glaube, ich weiß auch wo. Den Fehler habe ich nämlich letztes auch mal gemacht. Okay. Aber ich würde jetzt mal an dieser Stelle sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Ich versuche jetzt offscreen, die Level auf 100% zu bringen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tüdelü. Tüdelü. Und dann sehen wir uns beim Treffer. , Bis zum nächsten Mal.